So, was ist denn, wenn ich auf 100 gehe? Moin Mädels! Moin Jungs! Ping, 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 ping! Ja, das hier ist der Hotel Renovator. Nachdem wir den Airport Renovator gespielt haben, kurze Einblendung, hat mir super viel Spaß gemacht. Ja. Spielen wir doch mal das nächste Game. So, und deswegen gehen wir mal... Okay, ich finde auch geil, ich habe eigentlich die Mucke ausgestellt und dann kam erst mal Mucke, aber jetzt ist die Mucke aus. So, jetzt muss ich meinem Ass erst mal auf die andere Seite bewegen, weil sonst wird das hier wieder nichts. So, jetzt sitzen wir hier. Es ist übrigens der 26.10., das ist ein Dienstag. 21 Uhr. Jetzt sitze ich hier und muss das hier spielen. Also, ich kann die Mausgeschwindigkeit nicht einstellen. Guck mal, ich bin doch hier der neue Rockstar wahrscheinlich. Na, hier ist sie, one on one. Und rein da. Da ist es wieder. Oh mein Gott, ja. Oh, ist schon ein bisschen satisfying. Das ist die pure Entspannung. Also, solche Games, pure Entspannung. Ne? Klasse, Wahnsinn, wie wir hier... Oh, einfach sauber machen. Die Tiefe ist auch einfach direkt gegeben. Ja, cool. Okay. Also, ich wollte schon immer mal Hotel Renovator werden. Auch jetzt, wo ich das mal erleben darf. Bin ich einfach nur glücklich. Och, hier ist ja noch mehr. Da geht nichts hoch, ne? Ja, das muss man gründlich machen. Das ist eine ganz klare Geschichte. Jetzt hier wieder auf, ne? Nicht so eine schlampige Arbeit leisten. Ne, das ist toll. Muss man schon sagen. Ich fühle mich direkt abgeholt. Es ist viel Rumpel auf dem Boden. Nach allem, was du das Mayhem hast, hast du gemacht. Oh, ein Vacuum. Ein schöner Vacuum-Cleaner. Super. Das Spiel hat mir übrigens mein Manager Gerrit empfohlen. Der scheint mich sehr zu mögen. Ach ja. Schön. Perfekt. Holzboden, Keramikfliesen, Steinfliesen. Das ist tasteful. Das ist einfach tasteful. So, ich mach das hier. Jetzt wird ein One-Tap. Wird ein One-Tap. Keramikfliesen. Wow. Wandbedecken. Oh, schön lila. Ach, nee. Ach, nee. Hör auf, ey. Was macht er denn? Sind wir hier bei Harry Schnodder oder was? Ja, supi. Kann man nicht das Ding größer machen? Wir machen hier mal ein bisschen noch anderes mit rein. Ach, guck mal hier. Schön. Das ist auch klasse. Das sieht einfach supi aus. Da könnt ihr mir erzählen, was er wollte. Ach, nee. Hier pendelt's. Das geht doch viel einfacher. Verlegt mal den Bums da, du. Schön. Schön. Das sieht einfach nach was aus jetzt langsam. Was ist hier denn passiert? Steinfliesen, Keramik, Tapetenmuster. Oh. Hm. Ja, das ist viel besser. Das ist viel besser. Look at this. Now we're talking. Now we're talking. Das ist einfach... Look at this shit. Das ist so nice. Oh, nee. Schöne Bananas. Schöne Bananas. Jawoll. Propelle. Supi. Also, das ist ja kreative Freiheit, die wir hier haben. Das ist einfach klasse. The guests are arriving soon. Klasse. Open the hotel app to check how many you're coming. Ist denn jetzt die Hotel-App da oben? Now for the most pleasant part. Let's start with beds. Guests need to have something to sleep on after all. Ja. Betten hinzufügen. Zwei. Was gibt's denn hier, Alet? Toll. Wie kann ich denn das drehen? Das ist der Hammer. Ich kann mir hier richtig aussuchen, welche Farbe das haben soll. Ja. Ah, siehst du. Das ist nicht der Tisch, den die wollten. Dann machen wir mal einen richtigen Tisch. Zack. Zack. Hier schön Regale oder was? Guck mal, das ist Vintage. Was ist denn Aufbewahrung? Aufbewahrung. Ah, hier. Zack. Lampe. Das sieht gut aus, weil jetzt haben wir hier ein paar Lampen schön auf den Boden gelegt. Wanddekoration brauchen wir auf jeden Fall auch. Hier ist ein schöner Spiegel. Zack. Wir können sich hier alle schön anfassen. Äh, angucken. Ich kann eine Shisha bauen. Ja, eine Shisha. Schön. Aber was ist denn jetzt eine Lichtdeko? Oh, warte mal, Lichtdeko 1 von 5. Scheiße, was war das jetzt? Ein kleiner Butter. Wer damit? Aber scheiße, warte mal. Start by cleaning up and then take care of the fittings. Alter, Minecraft. Ich muss sagen, der Cutter Alex, der wird sich hier richtig wieder über diese Aufnahme freuen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Vor allem, warum sollen wir denn alles kaputt machen? Das sah doch gar nicht mal so scheiße aus. Muss ich jetzt hier wieder den Staubsauger nehmen? Jo. Schön. Hier, das ist hässlich. Das hätte ich gern. Schöne Sache. Schöne Sache. Ja, das sieht schon aus. Das sieht schon noch was aus. Ja, die Fliesen reintroppen da ins Gehäuse, ne? Klasse. Guck mal hier. Da kriegt man schön was mit den Augen. Da kriegt man schön was mit den Augen. Look at this. Ja. Dann machen wir zwei Seiten so. Damit das hier richtig schallert, brauchen wir es überall. Sonst zieht der Raum nicht. Wenn wir hier nicht die Augen komplett beanspruchen, dann zieht das nicht. Klasse. Haben wir. Dusche hinzufügen. Schön. Guck mal hier. So was schön enthaltet. So. Aufbewahrung. Oh, hier wieder eine scheiß Aufbewahrung. Ich kocke. Ey, ich kacke. Das passt doch ins Bad. Das sieht doch noch was aus. Hier, hör mal. Badezimmer-Zubehör. Oh, wie soll ich den Bad hinzufügen? Oh, die sieht krass aus. Zack, die kommt rein. So, Wandleuchter. Machen wir so. Wand Accessoires. Oh mein Gott. Ich habe Flashbacks. Gibt's. Ehebräer. Ja, das Geld muss man aber auch haben. Ich finde, das Geld muss man auch haben. Also, yo. Ja, das ist Kunst. Das ist moderne Architektur. So, Filmkuh buchen. Wie machen wir das denn jetzt? Jetzt muss ich aus dem Badezimmer gehen hier, ne? Buchen. Achso, jetzt muss ich dich hier reinschmeißen. Weil das ist auch einfach. Also, all das hier ist einfach schön. Okay, ja gut. Dann machen wir nochmal Pflanzen. Ah, nee. So verwalten sie, ne? Zack. Setz dich da hin jetzt. Was möchte denn die andere Person? Eine Pflanze. So, hier. Hier, wir könnten den ganzen Laden zuscheißen mit Pflanzen. So, das könnten jetzt erstmal für einen Moment hier noch sein, ne? Unterhaltung hinzufügen. Ich will mich mit niemandem unterhalten. Soll das jetzt. Oh, ein TV. Und Soundsystem. Oh, scheiße. Ich glaube, das ist genug für heute, die erste Nacht. Die brauchen ein bisschen mehr Unterhaltung. So. Ja, ich muss sagen, das allein war schon eine astreine Geschichte. Tag beenden. App öffnen. Tag beenden. Tag beenden. Ruhm. Einkommen. Wahres Leben. Ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Hilfe. Tür bearbeiten. Liebe Spieler, danke für die Demo-Version unserer Game. Nicht vergessen, dass ihr eure Feedback auf unserer Discord-Channel-Kanal-Kanal-Kanal-Kanal-Kanal-Kanal-Kanal-Kanal-Kanal-Kanal-Kanal-Kanal-Kanal-Kanal-Kanal. So pay attention to the Hotel Renovator Prologue-Announcement. Einer Bewertung schreiben und Wörter spielen. Scheiße. Ja, äh. Cooles Game, ne? Cooles Game. Vielen Dank.